Osterschinken, Würstel und Co. liefern wir per Post rechtzeitig vor Ostern zu Ihnen nach Hause. Bestellungen unter 042 66 22 25 oder per E-Mail unter office-at-fleischerei-seiser.at Besuchen Sie auch unseren Webshop www.speckhimmel.at Ich glaube heute kann man ein gutes Produkt fast nur mehr mit Regionalität machen. Wir produzieren ein Produkt, das zu 100 Prozent aus Kärnten kommt. Und die Machart dieses Luftzirchen ist eine Eigenheit im Gurgtal. Wahrscheinlich wird bis zu 95 Prozent der Specksorten in Österreich geräuchert. Und das ist bei uns anders, also wir lassen die Räucherung weg. Dadurch braucht der Speck ein, zwei Monate länger als ein geräucherter. Aber er wird dadurch, ich sage immer, noch ein bisschen zarter. Und das Aroma vom Speck kommt wirklich vom Fleisch und von den Gewürzen. Und wird eben nicht durch Räucheraromen überdeckt. Und das ist ganz ein feines Aroma, das ich dann erhalte. Prädestiniert ist der Speck natürlich für richtige Kärntnerjasen. Das ist einmal klar. Wir machen aber auch gerne Speck-Carpaccio oder Specksülze und so eigene Geschichten, die wir uns erdacht haben. Und damit ich dann auch zufrieden bin mit dem Produkt, habe ich meine eigene Qualitätskontrolle im Haus. Das ist meine Frau, die sehr kritisch ist. Und ich verkaufe dann wirklich nur Sachen, mit denen ich dann auch zufrieden bin. Aber was anderes kommt bei uns nicht ins Geschäft. Das ist ein shirtless compr kneeft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017